Niederbayern 100.de. Die 100-Sekunden-Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Gültner in Eckenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Leichenteile am Stausee Post Münster. Diese grausige Meldung macht seit Samstag die Runde im Rottal. Ein Radfahrer hatte Gliedmaßen auf einem nahegelegenen Radweg gefunden. Aber was ist passiert? Das Polizeipräsidium Niederbayern bringt auf Anfrage von Radio Trausnitz Klarheit in die Sache. Bei den Leichenteilen handelt es sich um mumifizierte Finger. Sie gehören vermutlich zu einer Frau, die sich im Dezember vor einen Zug geworfen hatte. Um sicher zu gehen, hat der Kriminaldauerdienst eine rechtsmedizinische Untersuchung veranlasst. Viele Bürgermeister in Niederbayern haben morgen ihren letzten Arbeitstag. Am Donnerstag wird der Chefsessel in den Rathäusern an die Nachfolger übergeben. Zum Beispiel auch in Pfarrkirchen. Dort wird Bürgermeister Georg Riedl heute offiziell verabschiedet. Riedl war 24 Jahre Rathauschef in Pfarrkirchen. Er war bei der Kommunalwahl im März aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Kleine Genies sind heute und morgen im Dingolfinger BNB-Werk zu Gast. Dort ist der Landeswettbewerb von Jugend forscht, Schüler experimentieren. Für das bayerische Finale haben sich 87 Schülerinnen und Schüler qualifiziert. Im Rennen ist zum Beispiel ein Auto mit Magnetantrieb. Das Wetter hat zwar nicht immer mitgespielt, aber das hat die Besucher nicht abgehalten, auf die Gerner Duld zu strömen. Rund 150.000 Gerner-Fans haben in den vergangenen zehn Tagen in Eckenfelden gefeiert. Gerner-Chef Thomas Graf von Lösch ist sehr zufrieden. Es sei kein Nachteil gewesen, dass der Gerner heuer in die Osterferien gefallen ist. Zum Volleyball. Die Roten Rabenfilz-Biburg brennen auf den Ausgleich in der Finalserie gegen Dresden. Mit der lautstarken Unterstützung der Fans im eigenen Wohnzimmer wollen die Rabenmädels den Gast aus Sachsen in die Knie zwingen. Der erste Aufschlag im zweiten Finalspiel zwischen Vils-Biburg und Dresden ist heute um 18.30 Uhr in der Ballsporthalle. Alle Nachrichten auch unter radio-trausnitz.de Was ist das Dummherin? Vielen Dank.